Herzlich Willkommen zu Samplitude, der digitalen Audio-Workstation für die professionelle Musikproduktion. Dieses Video erläutert Ihnen die wichtigsten Schritte für den Neueinstieg. Nach dem Programm Start erreichen Sie den Startdialog. Rechts im Startdialog öffnen Sie eine bereits vorhandene Projektdatei oder eine Audiodatei. Links legen Sie neue Projekte an. Um einen ersten Eindruck von Samplitude zu bekommen, laden Sie zunächst einen mitgelieferten Demosong. Im Demosong sind Audiodateien auf verschiedenen Spuren arrangiert und mit VSTi-Synthesisern kombiniert. Das Herzstück von Samplitude ist der Arranger mit den verschiedenen Spuren. Hier arrangieren und bearbeiten Sie Ihre Audio- oder MIDI-Dateien. An einigen Spuren sind farbige Spurkurven zu erkennen. Mit diesen Kurven lassen sich Lautstärkeänderungen oder Effektverläufe steuern. Bei vielen Spuren und längeren Projekten empfiehlt es sich, die Ansicht zu vergrößern und in den Arranger hineinzuzoomen. Dazu dienen die Zoom-Schaltflächen rechts unten. Die Bearbeitung erfolgt direkt mit den Objekten und mit vielen professionellen Editoren und Managern, die Sie über das Menü Ansicht hinzuschalten. Zum Beispiel eine Transportkonsole. Mit der Transportkonsole führen Sie eigene Aufnahmen durch oder spielen das Projekt ab. Zum Stoppen und Abspielen können Sie auch die Leertaste nutzen. Die Transportkonsole ist zunächst in der Programmoberfläche fest integriert. Sie kann jedoch auch abgedockt und frei positioniert werden. Den Objekteditor öffnen Sie mit einem Doppelklick auf ein Objekt. Er erscheint ebenfalls im unteren Bereich der Programmoberfläche und kann wie die Transportkonsole frei positioniert werden. Der Objekteditor bietet separate Bearbeitungsfunktionen für jedes Objekt. Zum Beispiel Effekt-Plug-Ins, einen vierbandigen parametrischen Equalizer, Fade-In oder Fade-Out oder Time-Stretching oder Pitch-Shifting. Für die objektbasierte Arbeitsweise ist Samplitude berühmt geworden. Sie können jede Audiodatei in beliebige Objekte zerschneiden, einfach indem Sie sie markieren, den Abspielmarker an die Schnittposition stellen und die T-Taste auf der Tastatur drücken. So entstehen zwei unabhängige Objekte, die sich frei bewegen und mit separaten Objekteditoreinstellungen bearbeiten lassen. Der Bereich links neben den Spuren ermöglicht zusätzlich eine spurbasierte Arbeitsweise. Alles, was Sie hier einstellen, wirkt sich auf alle Objekte in der Spur gleichzeitig aus. Im Spurkopf können Sie die Spur stumm schalten oder auch im Solo-Modus separat abhören. Zum spurbasierten Arbeiten schalten Sie den Track-Editor hinzu. Der Track Editor wird ganz links in die Programmoberfläche eingefügt. Er bietet einen großen Lautstärke-Fader, einen Drehregler für das Stereo-Panorama und viele weitere Rubriken, zum Beispiel für Spureffekte. Im Plugin-Browser haben Sie einen gebündelten Zugriff auf sämtliche Effekte und auch auf die Instrumenten-Plugins, die von der Spur gesteuert werden. Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen, wirken auf sämtliche Objekte in der Spur. Samplitude bietet eine komplexe Mixer-Oberfläche, mit der Sie den Gesamtsound abmischen. Diesen Prozess nennt man auch Mixing. Der Mixer entspricht im Prinzip einer professionellen Studio-Mischkonsole mit vielen zusätzlichen Möglichkeiten. Hier finden Sie Ihre Spuren als einzelne Kanalzüge wieder. In den Kanalzügen erreichen Sie auch die Spureffekte, die Sie bereits im Track Editor kennengelernt haben. Im Mixer können Sie mehrere Spuren zu Subgruppen zusammenfassen und komplexe Routing-Schaltungen vornehmen. Ganz rechts in der Master-Sektion bietet der Mixer weitere Bearbeitungsmöglichkeiten für den Gesamtsound. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Bedienelement klicken, öffnet sich an den meisten Stellen ein Kontextmenü oder Editor, mit dem Sie genauere Einstellungen vornehmen können, zum Beispiel beim Master Equalizer. Um ein eigenes Samplitude-Projekt anzulegen, wählen Sie im Dateimenü die Option Neues virtuelles Projekt. Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie, wieviel Spuren Sie benötigen und klicken Sie auf OK. Nun wird ein neues, leeres Projekt angelegt. Um Ihr Audiosystem einzustellen, öffnen Sie die Systemeinstellungen. Drücken Sie dazu die Taste Y. Wählen Sie als Treibersystem am besten den ASIO-Treiber Ihrer Soundkarte. Alternativ ist auch der MAGIC Slow Latency Treiber eine gute Wahl. Im MIDI-Reiter sollte Ihr MIDI-Keyboard ausgewählt sein. Überprüfen Sie bei Bedarf auch die restlichen Einstellungen und schließen Sie den Dialog wieder. Ihre Audiodateien laden Sie über das Dateimenü. Wählen Sie zunächst die Spur aus, in die Sie das Material importieren wollen. Alternativ können Sie auch einfach die Taste W für WAV-Dateien drücken. In diesem Dialog erreichen Sie Audiodateien in allen unterstützten Formaten. Mit gehaltener Steuerungstaste können Sie mehrere auswählen und gleichzeitig laden. Im Folgedialog legen Sie unter anderem fest, in welcher Reihenfolge die Dateien geladen werden. Neben Audiodateien können Sie auch MIDI-Dateien benutzen und damit zum Beispiel die mitgelieferten VST-Instrumente steuern. Dazu wählen Sie zunächst die Spur aus, die das VST-i steuern soll. Das VST-Instrument können Sie über den Plug-In-Slot am Spurkopf laden. Wenn Sie ein MIDI-Keyboard angeschlossen haben, können Sie das VST-i jetzt anspielen und dabei einstellen. Das VST-Instrument kann Sie über den Plug-In-Slot am Spurkopf laden. Das VST-Instrument lässt sich natürlich auch aufnehmen. Dazu führen Sie eine MIDI-Aufnahme durch. Schalten Sie zunächst die rote Aufnahmeschaltfläche an der VST-I-Spur scharf. Die Aufnahme starten Sie dann über die Aufnahmeschaltfläche in der Transportkonsole. Hier können Sie auch ein Metronom hinzuschalten, wenn Sie einen Klick benötigen. Oder Sie führen eine Audioaufnahme durch. Dabei können Sie so viele Mikrofone gleichzeitig aufnehmen, wie Ihre Audioschnittstelle Eingänge hat. Stellen Sie zunächst die Audioeingänge ein, die von den Spuren aufgenommen werden. Klicken Sie mit rechts auf die Aufnahmeschaltfläche am Spurkopf und wählen Sie dort den Eingang aus. Anschließend schalten Sie die Spur für die Aufnahme scharf. Auch die Audioaufnahme wird mit der roten Aufnahmeschaltfläche an der Transportkonsole gestartet. Wenn Sie ein Projekt fertiggestellt haben, brennen Sie es im Menü CD, DVD auf eine Audio-CD oder DVD. oder Sie exportieren es im Menü Datei in verschiedene Formate. Hier endet unser Einführungsvideo zu Samplitude. Wir haben hier nur die wichtigsten Schritte für Neueinsteiger vorgestellt. Es gibt noch eine Fülle von weiteren Möglichkeiten, um Audio- und MIDI-Dateien zu bearbeiten und zu arrangieren. Dazu wünschen wir Ihnen nun viel Erfolg mit Ihrer neuen Software. 1. Untertitelung des ZDF, 2020